Herr Gottes, wo fahren wir dieses Mal zur Klassenfahrt hin? Ach, ich weiß nicht, habt mir noch nicht überlegt, wo wollt ihr denn hin? Ich will nachher zu meiner Heimat in die Walchai, oder wenn es nicht geht, nach Russland. Russland? Dann bezahlst du uns das Flugticket. Könnt ihr vergessen. Also, jetzt müssen wir mal wirklich überlegen. Wo fahren wir in der 10. Klasse hin? Spanien, Kroatien, Frankreich. Auf jeden Fall nicht in Deutschland bleiben. Ja, so finde ich auch gut. Also, wo fahren wir hin? Meiner Meinung nach würde ich gerne mit euch nach Kroatien fliegen. Hier in Kroatien ist es sehr angenehm. Habe ich doch gesagt, Herr Kroatien ist es sehr angenehm. Ich will trotzdem noch, ich wollte wenigstens das einzige Gute an der Klassenfahrt ist, dass wir grillen. Das einzige Gute, ich habe alles gebucht und alles geplant und das ist das einzige Richtige. Ich finde trotzdem die Klassenfahrt insgesamt die beste Ruhig war. Hier ist es aber schön. Wir schwimmen und schwimmen. Komm, wir tauchen. Das ist ja ein toller Freizeitfall. Lass uns mal in die Space Shuttle gehen. Ist das nicht gefährlich? Nein, ganz harmlos. Ich habe Angst. Mämme. Wir schweben ja richtig. Das ist ja verrückt.